Hallo allerseits mit P.O. und P.O. und Willkommen zu Part 27 von Final Fantasy VII Rebirth Let's Play. Wir sind kurz vor den vier Kilometern. Nice. Ja, dann holen wir uns doch mal die Rewards ab, würde ich sagen. Wo war der Kollege nochmal? Ach ja, hier, stimmt. Wo kann ich lernen, dass du diesen schönen Tanz hast, den du hier hast? Hast du noch einen perfekten Partner? Alles, was du tun musst, ist, ein Wheelie-Torrent zu holen. Schreibe es in deinem Herzen, dann klinge deinen Preis, wenn du fertig bist. Let's see what the Odometer says, shall we? Wow, congratulations! It is my honor to present you with this Wheelie Master License. You, my friend, have become a living legend today. The lone rolling star of Costa del Sol. Oh, this prize is reserved for those, who have proven themselves as a demon on wheelies. Here, you earned it. Once again, congratulations. May you keep rolling safely and smoothly. Hm, was ist ein Ding? Also in Costa del Sol, eine Legende zu werden, ist schon mal einfacher als ein Night City. Hm, ist sehr viel einfacher. Boah, die wollen doch immer nicht gönnen. Leute, warum? Ja, okay. Na dann, wir sollen ja die Kleidung wechseln, weil sonst laufen wir nicht zum Strand. Hm. Na ja, immerhin ist Kleidung Pflicht. Nicht das Gegenteil. Das wäre sonst eine andere Art von Strand. Ich weiß nicht. Ich glaube, steuertechnisch würde es vielleicht sogar Sinn machen, wenn ich Strandjunge nehme, ne? Man bedenkt, wie sich so, ja, Cloud verhält im Vergleich zu einem anderen Randeinssoldaten. Hm. Ja, könnte vielleicht Sinn machen, kanonisch betrachtet. Weiß nicht. Ja, komm, machen wir mal. Warum nicht? Jawohl. Da können alle seinen Sixpack bestaunen. Sieht schon interessant aus, keine Frage. Jetzt muss ich gerade mal schauen, äh. Sonst haben wir keine Nebenquests, ne? Nee, nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja, gut. Sieht so, dass du mehr als bereit bist, um die Flasche zu essen. Würdest du da gerne nach unten gehen? Ja. Ich will das. Ich will das. Vielleicht später. Was ist mit ihnen? Sie sprechen über die Führe. Hey, was geht's? Sie bekommen auch ein bisschen Sonn, oder? Ja, nur kann es nicht helfen, aber fühlen Sie sich für sie. Die Böse sind nicht für niemanden. Aber wir sie wie monstern alle gleiche. Sie schreien sich alle. Ja, wirklich? Geh ein Böse! Hey! Sie lassen sie allein! Danke, dass du aufhörst. Ich werde nur ein paar Sekunden sein. Geh dein Zeitpunkt. Oh, das Wasser wird nicht aufhörst. Johnny hat sich sicher einen richtigen Fixer-Upper gefunden. Meinnütze mich an Home. Du bist fast fertig? Erreth? Erreth, bist du okay? Sag mir, welche Farbe sagen würdest du das ist? Nichts. Die Sache ist, es war blitzig. Pachtest, es war in Midgar. Die Materie ist aus dem Lifestream selbst. Orbs entfüßt mit Wissen, Memorien. Die Whisper? Sie hat alles aus meiner? Diese Memorien waren precious? Ja. Extrembar. Die Whisper-Upper. Sie haben nicht auf die Beine. Sie haben nicht auf die Beine? Sie haben mit Tifa, das kann sich die spirituelle anzlösen. Ja. Die Whisper-Upper. Die Whisper-Upper. Ja. Die Whisper-Upper. Die Whisper-Upper. Ja. Da hat man, glaube ich, schon mal einen kleinen Teaser bekommen, was dann später beim Cosmo Canyon erwarten wird. Dieses... Wie sagt man da? Dieser Stimmungswechsel mehr oder weniger von Red. Nanaki. Im Original FF7 war das natürlich, ja, nicht so wirklich deutlich, sag ich mal. Weil es ja dort ja keine Stimmen gab. Aber hier, im Remake, Rebirth... Ja. Ja. Ich denke, da wird man es sehr viel deutlicher merken. Nicht nur, dass wir jetzt vier Generationen später hier das Spiel haben, sondern... Ja. Neue Stimmen, die sind das. Das übliche halt, ne? Ja. Okay. Okay. Hey, Tifa, five. Wow. Wow. Das ist natürlich. Okay. Bereit. Jetzt finden wir uns ein Resort. Und dann können wir endlich auf die Bühne fallen. Ja! Los geht's! Hey, willst du den Weg gehen? Klar, warum nicht? Du leid, ich folge. Das klingt gut für mich. Komm schon mal. Perfekt. Dann hier ist ein Ticket für die beiden. Und ein für deine Docke. Mit diesen Tickets von dir, kannst du wilde auf der Pet Playground, auf den Wheelie, oder... Oh! Da ist auch der Foto-Kontest. Und du kannst nicht die Piano-Recital. Also geh da da, und sicher zu haben die Ball. Hang loose! Hang loose! Bereit, um Spaß zu haben? Ja! Los geht's! Welche Spiele sollten wir jetzt machen? Ich habe einen, der mit meinem Schraubladen geht. Ich bin fliegt! 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 Dann schauen wir mal, das hier wäre... Was ist diese arbiträre Regeln? Kannst du nur noch einmal eine Excektion machen? Oh! Oder du! Du könntest mein Partner sein! Ist das okay? Äh... Ich... Ich glaube nicht, ich bin zufrieden. Oh! Äh... Hi! Wie kann ich dir helfen? Du! Du! Das ist nicht... Äh... Mein Schraubladen hat sich geflogen. Ich glaube, es ist prudente, um... zuh... 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 Das ist... Schön! Wissen Sie, wenn du einen Partner suchen kannst... warum können wir uns zusammenhalten? Huh? Ah! Du willst es? Ich bin sicher! Oh... Du bist ein Lebensfaller! In diesem Fall, gehe ich weiter. Die Kactuars können nicht von mir schlafen. Okay, dann. Geh diese Kamera und find die vier Kactuars hidden around town. Okay, lasst die Kappers beginnen! Registriere hier für den großen Kactuars Kaper! Geh die Materialien, wenn du einen Kappers abläuft. Wir sind hier jetzt. Okay, gut. Ich meine, dann können wir gleich da hingehen. Ich frag mich, was dieses mal 40% und so weiter bedeutet. Ach, da ist ja gleich der erste. Ach so, die Genauigkeit, die man hier braucht. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Ach, brauchen wir die 70% zwingend hier. Okay. Okay, wird schon passen. Nice. Oh, ist das nicht der schönste? Ich liebe diese kleinen Leute. Ist das, was sie sagen, Liebe in der ersten Zeit? Weil ich dieses Kactuars liebe. Hey, yo! Nicht die Art von Liebe. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, der nächste ist hier irgendwo. Was ist das, was ihr Mann kennt? Ich warte. Oh, Mann. Oh, Mann. Also entweder bin ich lost oder wir müssen einen anderen Weg finden. Da oben vielleicht. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ah. I see. Ah, 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 you can't fool these eagle eyes. Okay. Drew sieht nicht aus wie ein Kaktor. 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 Hm. Okay. Hm. 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 Ah, hopen wir. Hm. Hm. Hallo! Hey, ein Kaktuar! Jeder kleine Mann, den wir finden, ist noch eine glückliche Erinnerung, die wir zusammen machen. Lass uns noch einen finden! Wissen Sie hier? Oh! So, dann schauen wir mal, das ist da nur... ...irgendwo hier rechts. Okay, okay. Aller unserer Ronde und Lilies sind gerade noch geplant worden, Foll. Nimm dich nicht auf dieser lebensbedingten Erfahrung! Komm raus, kleine Cactuars! Die sind ja alle pink, also bis jetzt gewesen. Dann wird es ja wahrscheinlich bei den anderen genauso sein. Dann müsste man die eigentlich ja eigentlich schnell finden können. Eigentlich. Ah, da ist der Wengel. Okay. Und von ein bisschen weiter weg machen. So ungefähr? Schauen wir mal. Joa. Hm. Oh, ist jemand schmerz? Du hattest dich gut, nicht wahr? An diesem Punkt kann ich das Leben ohne dich vorstellen. Wir sollten jeden Tag zusammen spenden. Mal schau, wie herrscht es wäre. Hm. Wer ist denn ein blöd, Herr? Ich hab's in die Kommentare. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's auch schon gesehen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Es war so schönes. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hier und wo. 40% Okay. 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 Hmm. Können wir das so schießen? Indem wir quasi die Kamera als Detektor benutzen? Nope. Hier schon mein Licht. Haha. Nichts besser als nicht arbeiten. Haha. Haha. Das ist das Kind der Spaß, den ich vermissen habe. Hmm. Okay. Zwei Spaghetti. Komm in direkt raus. Und bemerkbar. Wir gaben jemandem einen Spaghetti-Ball, und er hat einen Spaghetti-Ball. Er ist so witzig über die Pasta. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Ja. Komm. Okay. Nice. Mein kleiner und fröhlicher Freund. Ich liebe mich, dass das unsere letzte Moment sind zusammen. Alle diese Stunden, die ich mit dir warst habe, die ich mit dir warst habe. Und trotzdem. Ich stehe immer schnell auf die Shinra-Kriege. Obwohl ich mich nicht, ich kann mich immer noch nicht schrecklich machen. Oh, was soll ich machen? Es gibt viele Möglichkeiten. Ist halt die Frage, ob man die auch da nutzen möchte. Es ist eine kleine Art von ihnen zu wissen, dass sie immer in meinen Gedanken sind. Sie sind deine. Ich wirklich brauchte das. Ich kann nicht meine Familie leben, wenn ich nicht meine eigene leben kann. Ja, Herr, ist... Oh, Entschuldigung, ich bin auf meinem Weg. Nicht zu viel arbeiten. Komm schon, Johnny Boy! Du kannst es immer noch Zeit machen! Johnny? Äh, Tifa? Ich bin einfach nicht auf der Kack. Okay, machen wir. Machen wir. Wenn es hier ein Kampf wird. Moment. Red ist doch gar nicht hier gerüstet, oder? Wobei. Wobei. Es geht eigentlich. Es geht voll. Ich dachte schon, der wäre ein bisschen schlechter aufgestellt, aber... Das passt eigentlich. Ja. Das passt. Wheelie-Rendezvous ist jetzt für den Tag geöffnet. Wir sehen uns morgen, Leute. Okay. Dann gehen wir halt nach oben. Find die Liebe von deinem Leben heute. Hey! Hm, Shinra-Helikopter. Ich wundere, welcher Typ dieser große Weg ist. Tifa? Aerith? Was sind die zwei hier? Das ist unsere Frage. Und was ist mit dem Bagel? Lacken für eine Shinra-Executive. Ich muss sicher sein, dass er zu seinem Hotel ist sicher und sicher. Geräusche? Sie arbeiten für Shinra jetzt? Nachdem all diese Gespräche über wie viel sie liefst? Der Regier. Nachdem alles, was er hat für mich gemacht, muss ich... Nein, ich mache mich so! Ich bin kein... Ein... 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 Hm. Wir müssen gehen. Ja, du bist. Das... Ja, ging schnell. Na ja, ich habe schon in das Hotel gehört. Dann warum sind wir hier? Was ist das? Kann man ja schlechter dort stehen lassen, ne? Was ist das? Wo ist mein nächstes Mal? Wo ist mein nächstes Mal? Wo ist mein nächstes Mal? Alle unsere Randevu-Wheelies sind in der Zeit. Wo ist dein perfekte Partner? Ja? Wo ist dein perfekte Partner? Du bist in der Randevu-Wheelie-Randevu? Ich bin so sorry. Wir haben, wie wir gerade auf unsere Randevu-Wheelie-Rentals für den Tag. Du bist so... Was machen wir dann? Was machen wir dann, Tifa? Tifa? Du bist nicht von Sektor 7, bist du? In Midgar? Oh? Ja, ich bin. Oh, Tifa! Meine Leben! Meine Liebe! Meine Liebe! Nei, meine EVERYTHING! Du bist nicht von Sektor Johnny, bist du? Was eine Verweilung. Siehst du? Ich erwartete jemanden sehr anders. Eine Metropolitane und chic, die auf alle Runde sie in die Sie wollen. Ich habe keine Ahnung, was er in dich sieht. Um, Entschuldigung? Siehst du die Tude? Es ist gut. Ich, äh... Ich verstehe das immer. Das ist ein bisschen Fumblebrag? Hey, Jenny! Nicht nur da, da! Geh die Unreterned-Wheelie-Rande! Nicht sagen mir, was zu tun! Oh! Warum alle hier denken, dass sie besser sind als ich? Ich sage dir nur das Wort. Screw das! Ich versuche! Ach, sollte ich wissen, dass das passieren würde. Also, du bist mit ihr mit ihr, richtig? Seitdem sie verletzt hat, würde ich mich interessieren? Ja, sicher. Wir machen es. Du musst nicht alle, die wir treffen. Ich weiß, aber... Ich fühle mich trotzdem immer auf Johnny. Also, ich versuche, vielleicht, wenn ich das für Jenny mache, werde ich ihm etwas zurückgeben. Oder vielleicht, ich will einfach nur Verständnis. Ich glaube. Aber... Ich werde dich nicht auf die Weile. Ja, ich weiß nicht, was diese Schwester hat. Die war sieht doch gut aus. Hm. Was für Standards auch manche Leute haben. Auch im echten Leben. Hatte sich einfach daran begegnen! Die Verbrüche ist im Weg. Nur die baseben Sorge. Werden Sie dabei? Die Mädchen ist so schwer. Schaut kurz zur Tür. Willkommen zum Weltkrieg! Ich habe das Gefühl, ich bin den über den Weg gelaufen oder an dem vorbeigegangen, aber ich habe es natürlich vergessen. Oh, Queensblatt. Könnte später vielleicht noch relevant werden. Mal sehen. Die dürfen ja eigentlich nicht so weit entfernt sein. Gut, hier sind schon mal die da. Ist gut zu wissen. Hier ist auch wieder ein Laus. Nice. Okay, okay. Jetzt muss ich halt nur noch herausfinden, wo die beiden anderen Packpläste sind. Nur WG. Hier ist noch ein gelber. Okay. Ah, da waren die. Ich wollte es ja richtig machen. Gut, dass der nächste gleich hier ist. Es ist auf jeden Fall schon mal leichter einzupacken als ein Auto. Keine Frage. Sie haben einen perfekten Job gemacht. Aber warum ist das, was Johnny Watson eine Frau ist? Ein Überrechter? Wer sind sie? Wir können sie nicht ansprechen. Wäre ganz interessant gewesen, aber gut. Gut, die gelben haben wir schon mal. Ja. Die blauen. Wer ist die blauen Jungs? Ruhig! Halt! Halt! Die Faschung ist in der Zeit! Die Post der Delamore ist unter der Weg! Find das Leben deines Lebens heute! Revitator! Ihr habt einen Ticket, den wir hier hochladen! Registere hier für den großen Pest, den ich gerade gehört habe! Wenn ihr ein Ticket habt, bitte gehen Sie zur Lalle. Soweit ich weiß, habe ich kein Ticket, aber für später vielleicht relevant. Vielleicht. Na. Na. Ich jetzt die ganze Zeit auf der Map sehen kann. Okay. 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 Ja gut. Blatt ist lost. Man kennt es. Ja, okay. Oh man. Wie konnte ich das übersehen? Äh. Ja. Wer weiß. Oh nö. Oh. Ja. Na ja, passiert. Oh man, oh man. Oh man, oh man. Oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Perfekt. Sie wurde wieder zurückgearbeitet. Und sie brauchte es sogar einfach, um die nächste Person einen zu holen. Wenn ich mich beeinflusst bin, was muss Johnny von ihr denken? Die Person einen zu holen. Die Person einen zu holen. Oh Gott, es ist nur ein paar dumme Rechte. Warum ist sie wichtig? Natürlich Johnny will die Wolfgang wie sie. Ich habe das alles falsch gemacht, habe ich? Jenny, hier. Wir haben alle Rechte zurückgebracht. Stoppen, dass so nett. Ich kann es nicht nehmen. Ich habe es entschieden. Ich werde auf Johnny geben. Es gibt keine Chance, dass ich überhaupt mit dir spielen könnte. Meine Chance zu sagen, sorry. Geh ihn. Es gibt zwei Karten da, also... Have fun. Hold on. Danke, aber das ist sehr gut. Was? Das ist für dich und Johnny. Ich hoffe, dass du mehr Spaß hast. Ich glaube, du hast die falsche Idee. Ja, wir sind nur Freunde. Nichts mehr. Na wirklich? Aber wie er spricht über dich, ich dachte, dass du... Du weißt, er mag zu exagieren. Verrückt. Und natürlich, er hat auch ein Geheimnis zu werden. Ich fühle mich viel besser, wenn er jemanden hat, um ihn zu retten. Oh, also du ihn auf mich? Ist das alles? Nichts so. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall, danke für die Karte. Ich bin glücklich, dass wir alles durchführen konnten. Plus, jetzt weiß ich, dass Johnny ein freer Mann ist. Also... Ich könnte dann meinen Schuss schreien, oder? Bis zum nächsten Mal! Du bist immer noch nicht überwählin'n. Du kannst mich nicht überwählen, dass du dich machen kannst. Ich bin nur einiger Weg. Du kannst dich nicht und ich nur nie tun sollten. Ich bin mir schon mit ihm überwählen. Willkommen zu Run Wild! Willkommen zu Run Wild! Ein Paradies für Tiere, groß und klein! Heute ist kein anderes als... Costa del Sol! Fähnlich, Tropical! Also, haben wir einen Tanker? Jetzt bist du schade! Willst du etwas? Dann sage ich, geh es! Oh mein, was schönes rote Fur du hast! Willkommen zu Run Wild? Dann steck sofort an! Das ist einfach Rocket League! Als ob... Sogar Power Shots gibt es hier! Das ist ja echt wie Rocket League, achte Schande! Oh, okay! Das habe ich jetzt nicht erwartet! Okay, nice! Hm! Das hört sich echt nice an! Oh, es gibt eine Waffe für Red! Da, okay, okay! Hm! Ja! Spiel mir ein bisschen Rocket League! Mal schauen, ob ich hier ein Flip Reset schaffe oder ein Musti Flick! Schade! Mach n' Ariel! Mach n' Ariel! Mach n' Ariel! Die Störgerungsgebung ist bedürftig! Komm, air dribble Flip reset Breezy flick Mhm Oh Ja, easy Ooh Ich muss das jetzt am besten so machen, dass die alle hier was verlieren. Gut. Hier sind noch die Cucubus. Kaka! So viel dazu. Bekomme ich auch noch eine Wildegaserei oder... Nein. Okay. Hm. Das ist glaube ich ein Reset benötigen. Oh. Hm. Ah. Nein. Hm. Hm. Ja, das ist ein Reset. Okay. Aber... Ja. Mach Spaß. Mach Spaß. Mach Spaß. Keine Frage. Hm. 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 Schön zu hören, Red. Das kann ja besser machen. Hm. Wir wollen den ersten Platz haben. Wir wollen den ersten Platz haben. Hm. 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 Das wäre fast was geworden. Okay, so du gehst auch Heikers. Okay, so du gehst. Okay, gut. Die sind raus, I guess. Okay, so du gehst. Jawoll. Ui. Tag Team. Du und ich, Kollege. Das ist Rocket League. Beziehungsweise. Das ist wilde Herz. Oh, Mann. Nice. Krass. Das war ein gutes Play. Ich bin hier wohl eine Supersonic Legends, so wie es aussieht. Jawoll. So sieht es aus, wenn SSL gegen Goldspieler spielt. Oh, nice, nice. Die Waffe dürfte sich ja, wenn man das Waffe nennen kann, dürfte ja besser sein als hier sein Halsband der Rebellion, oder? Hm, okay. Mehr Magie auf jeden Fall. Okay. Und wichtig, mit Materia-Verbund. Bei den ersten beiden Slots hier. Okay, so liebe. Da machen wir ja noch den hier. Und, dann hätten wir's. Perfekt. Boast. Ah, Moment, Moment. Wir müssen wahrscheinlich in das Hotel reingehen. If you have a ticket, proceed to the lobby. Hmm, okay. Hello, Tifa. There's a concert scheduled today. Or was, at least. Something came up, you see. The pianist decided to skip town. At least he was kind enough to leave behind a letter. Said he had decided to reload. What? Alone? The heart wants what it wants, and who are we to deny it? However, without a pianist, there can be no concert. These fools called us down here because they thought we knew a replacement. Even between the two of us, it's not like we know everyone in every business. Mm-hmm. Oh my, these hands. These fingers. They are the strength of warriors, and yet are so very delicate. You've played the piano before. That much is obvious. Yeah. I mean, kind of. I did take some lessons when I was a kid, but that was ages ago. I don't want to hear excuses. I want to hear you playing the goddamn piano. Now take all the iron. Brrrr. 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 Hm. Interesting. Ich kann jetzt mit tiefer am Klavier spielen. Yay. Brrrr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 A ist aber auf jeden Fall sehr gut machbar. Ja, ja. Nicht schlecht für den zweiten Versuch, gar nicht schlecht. Okay, will ich gleich versuchen, ein Konzert zu geben mit nur zwei Wiederholungen? Ja, versuchen wir es. Es wird schon schief gehen. Es wird schief gehen. Moment, für den Fall der Fälle. Hm, als letzte Versuch, kann ich die Stelle nehmen. Hm. Man weiß ja nie. Ich mach mal hier sicherheitshalber einen Speicherslot. Okay. Mal schauen, wie es laufen wird. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Pianist, der Konservator schlägt, eine wahre Perfektion. Jetzt, wir geben unseren Pianisten einen heißen Rund von Applaus. Vielen Dank, dass wir uns für Ihre Performance verdienen. Das nächste Mal, dass wir uns auf der Ebene des Honey Bee treffen können. Bis zum nächsten Mal, meine Liberatorer von Liebe. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das Piano spielen würde. Wo können wir weitergehen? Ich weiß nur den Ort. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin, see you! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.